Hallöchen, da sind wir wieder mit Shakes and Fidget und es gibt Neues von der Towerbog Front. Der ist ja gestern findbar gewesen, weil Gold Event, aber unter komischen Bedingungen, sagen wir es mal so freundlich, weil der jetzt auch für Leute findbar war, die den noch nicht freigeschaltet haben, aber nicht für alle. Also gestern hatte ich ja spekuliert, dass man den einfach immer finden kann, egal wer jetzt, wie weit man hier im Erdhabitat ist, aber dem ist wohl nicht so, weil es ist der, irgendwie immer noch, hängen die ganzen Bugs zusammen. Also es war ja so, es gab ein Gold Event, da war der nicht zu finden. Dann gab es ein Gold Event, da war der wieder nicht zu finden, aber in der Region, wo er hier findbar sein sollte, war unser Uff zu finden, der eigentlich nur zum 1. April findbar sein sollte. Und jetzt ist es wohl so, dass die Leute, die Uff freigespielt haben, anstelle Uff jetzt zu finden, den Towerbog finden in den Ebenen von Oddscore. Also, ist da irgendwie immer noch ein kleiner Programmierfehler drin. Einige Leute im Forum haben jetzt schon wieder rumgeflamt. Ja, hier, denen wurde auch schon wieder das Pad weggenommen, da gab es bis jetzt noch keine Bestätigung für. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, weil wenn man einmal ein Pad hat, dann behält man es auch. Es gab ja auch damals einen Fehler, wo einer schon hier Miene auf 20 hatte und dadurch das 19. Erdpad bekommen hatte. Sehr früh. Und das wurde ihm auch nicht weggenommen. Und das war zu einer Zeit, wo die meisten Leute ihre Pads hier nur maximal das 6. oder 7. Pad freigespielt hatten. Und das ist echt schon lange her und da war das wirklich ein enormer Vorteil und das hat auch keinen gestört, so richtig. So, also. Ich hoffe mal, das konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Zumindest gibt es jetzt den Towerbog für alle, die den Uff freigespielt haben. Also, nicht wundern, wenn ihr vielleicht den Towerbog jetzt noch nicht findet. Das könnte natürlich auch sein. Da habe ich mich ja jetzt noch gar nicht drüber Gedanken gemacht. Was ist, wenn man den Towerbog freigespielt hat, den heute finden wollen würde, aber das Lichtpad noch nicht freigespielt hat. Da gibt es nur eine Möglichkeit, schnell das Ding freispielen und dann finden, falls es noch nicht geklappt hat. So ein kleiner Workaround, den ich jetzt nur theoretisch machen kann, weil ich leider das nicht nachstellen kann, das Problem. Ja, wir machen hier erstmal den nächsten Kampf im Habitat. Sollten wir nicht locker gewinnen. Wasser gegen Wasser. Er hat 15 Pads, wir haben 17 Pads, das heißt, er hängt hier bei dem Ding irgendwo rum und hat auch über 100 Levelchens weniger. Da drücken wir mal einmal auf Überspringen und sehen, ach, den hat er sogar nur auf 24. Da war das jetzt keine große Sache. Und Wasser konnten wir heute auch schon voll füttern. Dann gucken wir mal bei Licht, haben wir gerade eben gefüttert. Dann müssen wir mal schnell die nächste Quest annehmen. Uh, ja, gehen wir auf Gold oder auf XP? Mal gucken, 5 Minuten für 7. Ja, die hier gibt noch mehr. Die gibt so viel XP, die möchte ich mir ungern entgehen lassen. Deshalb nehmen wir die einfach mal mit. Und wir haben ja heute schon ordentlich Kohle gesammelt. Ja, also Licht voll gefüttert, Erde voll gefüttert, Schatten ist voll und Feuer auch. Also ein sehr guter Pet-Tag heute. Alles schicke dabei. Ja, wir können jetzt einen Kampf im Schattenhabitat machen. Ich glaube aber nicht, dass wir das Ding gewinnen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich hatte da schon ein paar Versuchen gemacht, die kann ich euch gleich mal zeigen. Wir gucken uns mal an. Wir machen hier irgendwie nur, also ich gehe jetzt nicht von den HP-Werten aus, sondern einfach mal davon, wie weit die Leiste runter geht. Und wenn wir nicht kritten, ziehen wir irgendwie nur ein Drittel oder so ab von dem, was wir abziehen müssten, um da irgendwie eine Chance zu haben. Und das ist absolut nicht genug. Und wenn wir kritten, schaffen wir immer noch nicht so viel abzuziehen, wie er, wenn er nicht krittet. Von daher ist der Kampf einfach viel zu unwahrscheinlich, dass wir den jetzt zu unseren Günsten wenden können. Ich hatte auch noch mal, gestern schon mal einen Kampf, da hatten wir noch mal 200.000 HP weniger, ein bisschen Attribute weniger. Und da haben wir auch ruckzuck weg. Okay, er hat auch sehr viel gekrittet. Da ging überhaupt nichts. Und hier machen wir mal normal gegen normal. Hier kritten wir. Aber selbst dann haben wir immer noch viel zu wenig. Aber wenn ihr einmal zu krittet, dann ist es vorbei. Und wir werden mal gucken. Jetzt haben wir, nee, wie viel HP hatten wir gestern mit drei Levelchen weniger. Hatten wir 2,5 Millionen etwa. Und jetzt sind wir auf 2,7. Also können wir mal so schätzen. Es steigt natürlich jetzt noch exponentiell ein bisschen an. Aber wir kriegen pro Levelchen in etwa, naja, nicht ganz 100.000 HP hinzu. Aber fast, naja, auf drei Level 200.000 ist nicht ganz so viel. Aber immerhin ein bisschen was kriegen wir noch hinzu. Das heißt, wenn wir den auf 100 kriegen, dann könnten wir noch einen Schlag mehr überleben. Weil jetzt habt ihr gesehen, einmal hat er uns irgendwie mit 500.000. Hatten wir im Minus. Und das eine, wo er gekrittet hat, hat über eine Million. Ich glaube nicht, dass wir so viel kriegen. Aber ich glaube, 4 Millionen Leben sind noch realistisch. Das könnten wir noch schaffen. Mal schauen. Wir haben ja noch 13 Level vor uns. Morgen werden es erstmal auf jeden Fall zwei. Mal gucken. Ich sollte die Rotation langsam können. Nach Wasser kommt auch wieder Schatten. Das heißt, morgen können wir auf jeden Fall dreimal füttern. Einen Kampf sollten wir da gewinnen. Und dann mal gucken, wie es da so weitergeht. Dann sind wir schon Stufe 90. Und ich glaube, dann sind wir in etwa gleich stark. Wenn wir das hier so mal vergleichen. Von den Werten her sind wir schon ein bisschen drüber. Und so viel Unterschied vom Level ist da auch nicht mehr. Das passt bald. So, dann schnell am Glücksrad gedreht. Ein bisschen XP, ein bisschen Gold und einen Bogen gefunden. Und alles durch. Eine Kette noch. Und durch sind wir damit. Oh, sogar 2,5 Millionen wert. Das kann ich mal so wenig. Was ist heute eigentlich bei der Hexe Gürtelchen? Haben wir keinen mehr da. Schade. Die Waffe heben wir mal auf jeden Fall auf. Das Ding verkaufen wir, wenn auch irgendwas kommt. Ja, oder? Wir können, glaube ich, auch einen Edelstein wegwerfen. Ja, Edelstein suchen. Wären langsam wieder rentabler. Die Leute kommen zurück in unsere Gilde. Zwei Leute fehlen noch. Dann sind wir auch wieder bei 700 Ritterhalle. Und es führt einfach dazu, hier der Edelstein, der große, den wir gestern gefunden haben, mit 566. Hier haben wir wieder einen mittleren. Der ist sogar schon drüber. Und dann nehmen wir einfach mal den großen und verkaufen. Weil den kann ich nicht mal in meinen Begleiter reinsocken. Weil der so schlecht ist. Also echt, Ritterhalle ist, glaube ich, mehr wert, wie irgendwie ein bisschen jetzt die Mine ausbauen. Und so, das bringt da, glaube ich, gar nicht mal so viel. Und wenn wir mal schauen, bei der Gilde Ritterhalle haben wir noch in etwa 300 Stufen, die wir noch erreichen können. Und wenn ich jetzt gesehen habe, was die, naja, was waren es, 150 Stufen, die uns da jetzt gefehlt haben, gestern ausgemacht haben, ist das schon echt extrem. Also da wird noch ein bisschen was auf uns zukommen. Von daher, Ritterhalle ist echt super wichtig, die gut auszubauen. Und, ach so, stimmt. Ich hatte auch noch einen Ausdauer-Edelstein gefunden. Einen großen gestern noch. Der war für Gäste und Verhältnisse super gut mit 607. Aber es wäre natürlich auch schon 40 Punkte mehr drin gewesen. Besonders, da der am oberen Ende der Skala wohl gelegen hat. Aber ich habe ihn trotzdem reingesetzt, gab ein paar Pünktchen Ausdauer hinzu und dadurch waren wir auch ein bisschen stärker. Den Rest verskillen wir jetzt mal schnell und gucken mal, wie unser Schaden dabei hochtickt. Und zack, 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 zack. Zu wenig Gold, schade. Aber immerhin ordentlich mehr Schaden und ein paar Pünktchen mehr Geschick. Oh, wir kriegen bald 9000 Basisgeschick. Schön, noch vier Punkte. Mal gucken, müsste heute noch drin sein. Wir haben ja noch ein paar Alu übrig. Das sollte machbar sein. Aber ist jetzt nicht so entscheidend. Hier, da hat sich die letzten drei Tage auch nicht wirklich was getan. Beim Gildenportal gestern war ja echt peinlich. Nur drei Millionen gemacht. Heute schaffen wir schon ein bisschen mehr. Da ziehen wir den schon mal ordentlich. Das ist ab unten nochmal 10 Millionen. Richtig schön. Aber ich glaube, wenn er uns jetzt einmal trifft, sind wir weg. Gucken wir mal. Und da kommt ein normaler Schlag und der geht einfach mal über die Skala raus. Aber trotzdem 2% abgezogen. Richtig schöner Versuch. Das macht es von gestern wieder so ein bisschen leichters aus. So, Portal. Der ist jetzt wichtiger. Hier müssen jetzt die Ausweisversuche kommen. Wir müssen ihn auf unter 100.000 schaffen. Das ist unser Ziel. Alles, was darüber hinaus ist, da freue ich mich riesig. Und wir gucken mal. Die Schläge werden hier abgewechselt. Oh, das war böse. Jetzt müssen wir auch mal treffen. Sehr schön. Ein Crit und noch einer hinterher. Sehr gut. Und noch ein Crit. Dann haben wir es geschafft. So, noch ein Treffer. Und sehr schön. So, nicht kritten darf er uns nochmal. Aber er krittet uns. Verdammt. Naja, 14 Millionen drüber abgezogen. Sind auch noch ein paar Prozent mehr. Da ist er schon auf unter 20. Sehr schön. Ja, das mit der Raid-Hilfe oder wo jetzt eigentlich die Sammelalben voll gemacht wurden, hat alles so funktioniert. Einige haben 14 Bilder oder mehr dazu bekommen. Richtig schön. Das gibt natürlich ordentliche Prozente bei der XP. Wir können ja mal kurz gucken, wie es der Gilde jetzt so geht. Nachdem die ganzen Leute wieder weg sind, nur noch 35 Hanselns da. Und da fehlen ja auch, glaube ich, noch ein paar von uns. Sind auch noch da, die jetzt noch nicht online waren heute nach dem Raid. Hier, ja zum Beispiel, wird auch, glaube ich, wieder rüberkommen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere noch jemanden überredet, um vielleicht auch noch mitzuwechseln. Hier sind ja auch welche dabei. Die sind vom Level her gar nicht mal so niedrig. Wenn man sich das mal anguckt. Wurden auch gut in unsere Reihen passen. Oh, auch wieder so eine richtig geile XP-Quest. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Und hier sehen wir wieder, dass das gecappt ist. 7,5 Minuten Quest mit 7,5 Dings Gold. Gibt natürlich auch hier ein 2,5 Minuten Quest. Die hat schon mehr Gold. Also von daher muss man echt immer aufpassen. Und ich bleibe einfach auf XP. Da kann ich nichts falsch machen. Wird schon passen. Außerdem habe ich die Versuche für heute gemacht. Und da kann eh nichts mehr schief gehen. Und ich muss ja hier so ein bisschen meinen Vorsprung halten. Mal gucken. Hier nur noch 2 Level Abstand. Das ist echt nicht mehr viel. Aber ich glaube, der hatte schon mehr Rates down. Muss ich mal kurz gucken. Nee, Dungeon-Etagen hat er 71. Und ich bin bei 70. Also 300.000 XP hat er schon mal mehr geholt. Gibt mir nochmal einen kleinen Vorsprung. Aber trotzdem, wer weiß, ob ich jetzt im Urlaub alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich es schaffe, die Videos, die ich jetzt eigentlich machen wollte, vorzuproduzieren. Es kann sein, dass es dann bis Oktober keine Filme mehr von mir gibt. Dann ab Dienstag oder so. Oder Dienstag sollte ich noch schaffen. Aber Mittwoch könnte dann echt eng werden. Muss ich mal schauen, ob wir das, wie wir das dann am dümmsten lösen. Irgendwie wird das schon weitergehen. So, Kämpfe haben wir hier alle gemacht. Und hier sind wir auch durch. Gibt keine Items, keine ordentlichen mehr. Festung. Ah genau, doch. Ich hatte noch ein paar Kämpfe. Festungsabwehr. Hat mir ja einer mal an dem Tag irgendwie die ganze Zeit angegriffen und immer was geplündert. Und dann hatte ich auch noch einen schönen Versuch bei Jan. Den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Komm, mal gucken hier. Unser Bertram hat gut Schaden gemacht. Magier, Marquard nicht ganz so doll. Aber ich glaube, Kunigunde hatte hier einen schönen Versuch. Hat gut was abgezogen. Und jetzt zählen wir mal, wie oft ich ausweiche. Mal gucken, ob ich mich diesmal verzähle oder nicht. Mal gucken, jetzt schon beim zweiten Mal. Und kritten wieder ordentlich. Dritte mal ausgewichen. Er blockt auch mal. Warte mal, war es jetzt schon? Fünfte Mal? Sechste Mal, glaube ich. Da habe ich mich, glaube ich, schon wieder verzählt. Verdammt. Achtmal. Und wir kritten weiter. Neunmal. Und die magische Grenze überschritten. Zehnmal ausweichen. Und ein elftes Mal sogar. Noch ein zwölftes Mal. Und da kommt sein Crit. Da hat man schon gesehen. Der Hammer fliegt etwas höher. 111 Millionen. Noch zweimal mehr ausweichen hätte es sein können. Aber naja. Da hätte auch uns Ausdauerskillen on Mars nichts genutzt. Da muss einfach mehr Schaden her. Und unsere Begleiter müssen noch... Ach, die hätten wir mal leveln können. Da wir jetzt ja eh Event haben. Mal gucken. Haben wir noch ein bisschen Kohle. Können wir hier noch was reinstecken? Mal schauen. Achso. Was ich mal gucken wollte. Den haben wir jetzt noch nicht geskillt. Gehen wir mal kurz in den Kampf rein. Und gucken wir mal noch mal kurz. Da war er noch 91. Und hat 26.301 an Stärke. Gucken wir mal kurz. Und hier hat er 26.419. Ah, okay. Weil ich in der Zwischenzeit auch geskillt habe. Okay. Also können wir uns den Wert schon mal nicht angucken. Muss ich mal einen anderen nehmen. Aber die Nebenattribute habe ich definitiv nicht geskillt. Und ich will mich mal was testen. Verrate ich euch gleich. So. Nehmen wir mal Intelligenz. Er hat 6.199. Das sollte man sich merken können. Und hier hat er auch mehr. Habe ich dem neuen Sockelstein gegeben seitdem? Kampf. Oh, der ist doch schon so lange her, der Kampf. Verdammt. Ich glaube, ich habe ihm den Sockel hier neu reingesetzt. Ach, dann kann ich den Krieger ja nicht nehmen. Wen habe ich denn nicht? Den Magier. Den habe ich auf jeden Fall kein aller Attribute Dinge reingesetzt. So. Dann gucken wir mal kurz hier. Er hat Stärke 8001. Gucken wir mal kurz hier rein. Und jetzt mal wieder hier. Stärke. Genau. Das habe ich mir nicht befürchtet. Weil jetzt hat er hier weniger Stärke. Hängt damit zusammen. Also eigentlich müssten ja die Begleiter, wenn sie auf der gleichen Stufe bleiben, gleich stark sein. Allerdings wären sie schwächer, wenn unser Hauptcharakter hier ein Level-Up hat, weil ja die Werteberechnung für die Begleiter jetzt nicht mehr statisch ist, sondern prozentual. Und da hängt es ja nochmal ab, wie viel Unterschied ist da vom Level her und so. Und da sind die jetzt einfach wieder schwächer geworden, dadurch, dass ich halt stärker geworden bin. Und das ist echt eine komische Sache, finde ich. Hatte ich, glaube ich, mir schon mal irgendwann angeguckt gehabt. Finde ich komisch. Mal gucken, wenn wir den jetzt hier aufleveln, ob er dann wieder genauso viele Werte hat. Jetzt hat er wieder genau die Werte, wie er vorher hatte. Weil, ähm, Nebenattribut hatte ich ja hier nicht geskillt. Stärke bei meinem Hauptcharakter. Also im Grunde wären die eigentlich, naja, ist es denn vielleicht doch sinnvoller, auf Gold zu leveln, um möglichst starke Begleiter zu haben? Ach, ich weiß nicht. Müsste ich mir mal überlegen. Oder ich muss hier halt einfach immer auf meiner Stufe halten, dass die Werte dann halt wieder passen. Und, ähm, so hoch sind wie halt meine, also halt die Basiswerte hier. Weil die fallen, wenn ich steige. Der muss ich den wieder leveln, damit er die gleichen Werte hat. Der einzige Vorteil ist, womit die Begleiter halt stärker werden, ist einfach mal durch die Ausdauerformel. Dadurch kriegen sie ein bisschen Ausdauer hinzu. Und alles andere bleibt, glaube ich, gleich. Weil alles andere ist nicht vom Level abhängig, sondern allein von den Werten. Und natürlich die Crit-Chance, ja. Wie stark sie, äh, gekrittet werden können. Aber das ist sowieso egal, weil die Gegner haben eh, glaube ich, der hatte, glaube ich, mehr als genug Crit. Können wir nochmal reingucken kurz. Beim Jan, oh ne, doch, ist vielleicht doch entscheidend. Er hat nur 4000 Crit damit, krittet er uns nicht ganz so oft. Ist dann vielleicht doch gar nicht mal so unwichtig. Also gut, haben wir heute was herausgefunden. Wenn wir stärker wären, wären die Turmbegleiter schwächer. Naja. Also zumindest ein bisschen. Das dazu. Und dann würde ich sagen, spiele ich hier noch ein bisschen meine Alu runter und gucke mir noch eine Flimmerkiste an. Vielleicht findet man auch noch die eine oder andere Frucht. Und vielleicht schaffen wir morgen dann schon den nächsten Gegner im Habitat. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, aber hoffen darf man ja wohl noch. Uh. Ah. Mann, die Quest-Auswahl bei Gold-Quest ist echt immer schwer. Hier gibt es richtig fette XP. Hier auch. Aber mal gucken von den XP her. Aber dafür gibt es, selbst da werde ich das Cap erreichen. Aber es sind 900.000 XP für 5 Millionen Gold. Ne, doch, wir nehmen die. Da gibt es mehr Gold. Ein bisschen auf Gold gehen können wir ja. So, bis morgen. Ciao.